So Leute, es kann weitergehen mit Last by the Bro XCOM Declassified und Leute, wir sind hier gerade nicht so in einer Super-Situation. Aaaaaah! Genau das meine ich, genau das meine ich. Der Typ hat hier, ich weiß nicht was, ein fliegendes Space-Shuttle-Fiech und ja, irgendwie sieht das nicht so gut aus für uns. Ich meine halt, Leute, ihr seht was das Viech ist. Das sieht aus wie diese hessischen Drohnen, die schon immer in XCOM gab, die schon super nervig waren. Warum schießt das nicht auf mich? Ich sterbe ja gleich. Ja, ich bin gleich tot. Bin ich tot? Oh geil, ich bin tot. Sehr nice, Leute. Das wird natürlich sicher ein sehr fairer Kampf. Na Leute, wir sind hier gerade auf dem Ellen-Schiff. Wir haben hier den Axis, der uns gesagt hat, ja, ich bin gar nicht so böse, ich versklave euch aber alle. Den lieben Netten haben wir getroffen, der schon wieder hier labert. Äh. Oh, Scheiße. Scheiße, warum? Ah, ich hab nicht die Waffe. Oh nein, oh nein. Das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod. Ja, klar, Mann. Typ, was geht mit dir ab? Was geht eigentlich mit dir ab? Ich kann, ich, ich hab nicht mal Zeit, mich zu heilen, so stark ist das Viech. Alter! Ist ja geil. So, äh, kann ich schon wieder einen Lasertrollen aufstellen? Nee. Kann ich irgendwas anderes machen? Eine Mine bringt mir jetzt auch nicht so. Bitte trink ich wieder mit dir, komm, du schaffst es. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du schaffst es. Bin ich tot? Ne, ich bin tot. Super. Alter! Ja, Leute, das ist nicht gerade der faireste Kampf, den wir hatten. Aber wenn wir das schaffen, dann, äh, hoffentlich, äh, also ich glaube, das ist nicht Access. Also das ist irgendwie nur so eine Drohne von ihm oder wie auch immer. Aber zumindestens, äh, dann haben wir hoffentlich hier den Chef und, äh, so, den, das Chef-Maschinen-Ding hier von der Basis hier in New Mexico, wo wir gerade sind, äh, besiegt. Äh, Leute, übrigens, äh, ich bin ein wenig raus. Also, wenn ihr euch wundert, warum ich schon wieder Alltags vergesst hab, ihr wisst ja, Elgato kaputt. Zwei Mal kaputt, aber jetzt geht's wieder. Und da war eine hässliche Nachlandetextur. So, ich komm jetzt gleich nochmal die hässliche Katze hier anschauen. Bla, und. So, komm, 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 komm. Trifft er mich? Ja, er trifft mich. So, immer auf diesen hässlichen Punkt schießen. Als nächstes bringt mir irgendeine meine... Ich kann, ich kann Sila gut beschwören. Ja, ich glaub, das bringt's nicht so. Dann, äh, machen wir in den kritischen Treffer und haben gleich noch einen Lasertor drauf. Ich weiß zwar nicht, ob der Lasertor es überhaupt ging, das Fisch bringt, aber... Das heißt gar nichts. Alter, wie soll ich denn da bitte ausweichen? So, heilen. Ich hab keine Ahnung, wie vor dem Fieger ausweichen soll. Ganz ehrlich, das tötet... Oh nein. Ja, und der schmallt schon wieder auf mich. Nie wieder auf... Ja, Alter, die Attacken vor dem Fieger haben den Draht. Der ist von 5 Meilen. Glauben, mich anzusprechen. Ich bin so cool für dich. Ich bin William, a.k.a. Carter. Ja, super. Jetzt hab ich auch keine Muni gleich mehr. Jetzt hab ich auch richtig mehr. Bitte schaut mich nicht an. Schaut mich nicht an. Schaut mich nicht an. Schaut mich nicht an. Lauf. Du bist so eine Spackenkarte. Du bist so eine Spackenkarte. Du bist so eine Spackenkarte. Lauf. Ich sag, ich hab die Muni aufgenommen. Bitte, 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 bitte. Ja. Immer, wo meine Munition liegt. Das ist so klar. So, ähm. So wird's mal... Oh, scheiße. Ist er down. So, jetzt kann ich ihn erst mal wiederbeleben und hoffen, dass das Viech mich nicht abschießt. Er schießt mich ab. So, und jetzt bin ich tot, oder? Alter, das macht so jetzt nicht einen Flächenschaden, Mann. Einfach von 5 Meilen macht das einen Schaden. So, Laser-MP. So. Okay. Viech ist... So, jetzt kann ich erst mal heilen. Truppenmanöver. Und jetzt! Mach mal dich down, Titan! Bäm! So, war ja kein Problem. War ja easy peasy. All das, um eines unserer kleineren Schiffe zu zerstören. Bedenkt selbst, welche Chance ihr wohl gegen ein mächtigeres Schiff habt. Ich wiederhole, hören Sie mich! Barnes, sind bereit für Evakuierung. Los! Mein Gott, Sie leben! Ich komme! Und dann nichts wie weg hier! Gut gemacht, Carter. Sie und Ihr Team haben's geschafft. Ja, aber was hat es uns gekostet? Die gewinnen, Doc. Aber durch den Transponder, den Sie erbeutet haben, können wir jetzt zurückschlagen. Das hoffe ich auch, Leute. Denn das war eine harte Mission. Nachricht aus dem Jenseits. Gesamtheit. Eine Stunde, 14 Minuten, 19 Sekunden. Die Infiltrierung des gegnerischen Gebäudekomplexes mit den Codebezeichnungen S1 und die Beschaffung des geheimen Gerätes wurden erfolgreich abgeschlossen. Agenda Silver, der bislang als vermisst und vermutlich gefallen eingestuft war, wurde lebend entdeckt, allerdings infiziert mit dem Hypno-Virus. Das Silber, der inzwischen zur weiteren Behandlung zurückgebracht wurde, verdient eine besondere Belobigung für seine Tapferkeit und seine erfolgreiche Übermittlung. Wichtige Informationen zum Gebäudekomplex S1. Vom Hypno-Virus befallene Zivilisten wurden beobachtet, wie sie ohne Angst oder Zwang das Gebäude F5-1 betraten. Im Immeren S1 entdeckte das Team, dass die Infizierten in Transportschiffe verladen und mit unbekannten Ziel fortgeschafft wurden. Direkt vor seiner Abholung griff das Einsatzteam ein gegnerisches Schiff der Titan-Klasse an und zerstörte es mit konventionellen Waffen, das man bisher für schlicht unmöglich gehalten hatte. Ja, wir sind ja Pros. So, Kata hatte 69 Kills, Böttcher hatte 12 Kills und die Kammer 17. So, was haben die eigentlich gemacht? Ganz ehrlich. 69 und die anderen haben die mal 20 bekommen. Traurig. Naja, was haben wir bekommen? Wir haben eine Nuklearraketenwerfer bekommen, einen Panzerbrecherpack und einen Taktikerpack. Insgesamt haben wir 36 Sektuiden getötet, 46 Outsider, 2 Raketenscharfschützen, 6 Elite-Outsider, 2 Technologen-Commander, 1 Geschützturm, 8 Silakuin, 2 Mutons und einen Schill-Commander. Und dieses hässliche Titan-Wie, das zählt natürlich nicht. Na Leute, ich würde sagen, jetzt heißt das erstmal wieder zurück zum Burrow und mit den erfolgreichen Einsatzdaten hoffentlich können wir jetzt irgendwas erreichen. Hallo, wir haben einen Titan besiegt. Einen Titan hin. Dieses Viech war ja übelst hart. Aber wir haben es geschafft, weil wir cool sind und weil wir Kata sind. Von diesem Turm aus verschleppen sie Menschen. Wenn wir schnell sind, können wir eine Rettungsaktion starten, bevor... Ähm, darf ich erfahren, was hier los ist? Ich ließ das Labor einen Test entwickeln, um Feindagenten zu enttarnen. Wir testen alle, die hier rein oder raus wollen. Los in Quarantäne. Echt schade um der Silber. Was, Falk? Heinrich hat eins von Moseks wichtigsten Kommandos isoliert. Ein Mensch hört nur Rauschen. Aber ein Outsider... Sehr viel mehr. Bitte, Doktor. Er reagiert. Das sollte nicht passieren. Mir! Ich bin William Carter. William Carter! Carter! Asian Carter. Tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss, aber... Wo ist Julia? Deswegen bin ich hier. Als sie in Indochina waren, da... gab es ein Unglück. Was? Blödsinn. Was für ein Unglück. Ein Feuerheuer. In Ihrem Haus in Arlington. Julia, Richard. Sie sind Pettkunden. Schlafen Sie ihr Dresdienst. Jules. Begraben, bevor ich Abschied nehmen konnte. Dies ist Ihr drittes Disziplinarverfahren, Regent. Will! Lasst mich gehen. Ich bin nicht ganz ermischt. Ich muss Ihnen helfen. Will! Lass mich gehen. Lass mich gehen. Na? Aufgewacht? Ja. Hat er sich schon davon überzeugt, dass ich ein Mensch bin? Sie leben, oder? Halbwegs, ja. Das wird schon wieder. Der Direktor hat angeordnet, Sie zu ihm zu schicken, sobald Sie aufwachen. Ich würde ihn nicht warten lassen. Okay, Leute. Was war denn das jetzt? Das ist sehr merkwürdig. Ähm, also ich dachte jetzt... Ich hätte gesagt, wir waren ein Mensch. Aber so wie es aussieht... Hm. Das ist sehr merkwürdig. Was? Mr. De Silva? Ist er... Ist er das? Hallo? Das ist ja nicht der Silver. Wo ist der Silver? Hä? Achso, da! Ach, da ist der Silver. Ja, wir haben den ja zurückgebracht. Der wollte sich ja eigentlich umbringen. Aber wir haben den jetzt erstmal mitgenommen. Und hoffentlich kann man dann hier... Also nicht experimentieren mit dem, aber irgendwas heraufwenden gegen... Ja, sein... Gegen dieses Hypno-Virus hier. Eine Notiz, die ihr gerne durchlesen könnt. Aber es ist merkwürdig. Warum auf einmal sind wir... Warum haben wir darauf reagiert? Sind wir jetzt echt auch ein Alien? Das wäre so ein sehr strange. Naja, hören wir uns die Aufzeichnungen an. Viel Glück. Carter. Carter? Hallo? Kann mich jemand hören? Hört mich jemand? Bin ich tot? Sollte da nicht was sein? Irgendwas? Ist da draußen jemand? Wer ist da? Wer sind sie? Carter? Nein. Nein. Hilfe! Hilf mir doch jemand! Das hat sich nicht gerade gut angehört. Wann wurde das bitte aufgezeichnet? Jetzt letztens, wo er hier in Quarantäne war? Oder irgendwie als er da in seiner Basis gekämpft hat? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Egal. So, da tun ein paar Agenten abheben. Wir sind immer nicht die einzigen, die hier kämpfen müssen. Und da rauchen natürlich wieder alle. Leute, es ist ja bekannt hier. Jeder Charakter raucht. Das ist echt so. Man findet keinen einzigen Charakter, der nicht raucht in diesem Spiel. Das ist einfach so. Kann man nichts dagegen machen. So. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man Menschen von Aliens unterscheidet. Die rauchen nicht. Hoffe ich. So. Und was ist jetzt mit dir los? Bist du ein Alien? Oh, kein Kommentar dazu. Ja, ja, ja. Das war schon echt strange. Das erste Mal, es war so ein Ton. Äh, eben so. Was eben halt nur diese Aliens mit ihrer, mit ihrer Hypno-Bewaffnung da hören. Und ja. Alle anderen hören das so, wie es aussieht, nicht. Aber warum hören wir das? Also ich meine halt, man sollte immer davon ausgehen, dass wir kein Alien sind. Ich meine halt, so viele Aliens, wie wir schon getötet haben, glaube ich, wollen die uns eh nicht haben. Schätze ich jetzt mal. Okay. Äh, Agenten auch so. Super. Wow, wir können mal unsere Agenten anschauen. Super. Yeah. Bringt uns jetzt irgendwie nicht so viel. Na, egal. So, ähm. Wir können mit ihr reden. Äh, dann reden wir mal mit dir. Ja. Ja. Schwierig, so zu klingen. Warum ist Forks so paranoid? Sie meinen, noch paranoider als sonst? Er vertraut niemanden außer Weaver. Gott weiß warum. Weaver war immer eine gute Agentin. Hedenfalls besser als sie. Nur, dass ich mir keine Brüll-Duelle mit dem Alten liefere. Nicht wahr? Wir sind ja fertig. Ist mir schleierhaft, wie man sie für einen Außerirdischen halten konnte. Die haben viel mehr Humor. Ja. Hahaha. Der war gut. Ja, der hat mir jetzt gefallen. Ja. Das stimmt aber irgendwie schon. Das ist nicht immer so der Happieste, Lustigste. So. Egal. Ja, ganz ehrlich. Wir können doch niemals ein Alien sein. Wenn wir ein Alien sind. Wenn wir ein Alien sind. So viele Aliens, wie wir schon getötet haben. Ganz ehrlich. Das kann ja einfach nicht sein. Ach, egal, Leute. Wir gehen jetzt erstmal ins Labor. Vielleicht finden wir da irgendwas Schönes. Irgendwelche Kanister oder so. Sehr hübsch. So. Das ist wieder irgendeine Notiz. Ach, ich glaube, die hatten wir sogar schon. Haben wir diese? Hä? Die liegen doch am selben Ort wie beim letzten Mal. Naja. Okay, Leute. Wir könnten da runtergehen. Das sollte doch auch der Doktor sein, mit dem wir hier in die Alien-Basis gefahren sind. Irgendwo. Ah, doch. Ah, da ist sogar jemand, mit dem wir reden können. Ach. Dann hat es sich ja gelohnt, hier hinzukommen. Da ist sogar noch jemand, mit dem wir reden können. Ach, Leute. Ist das super. So. Hier. Wie gesagt. Bild anhalten und durchlesen. Könnt ihr euch das gerne. Jede einzelne dieser Notizen werden wir jetzt nicht durchlesen. Weil ich glaube, sonst wird es hier Let's Read the Bro. Und ich glaube, dann sitzen wir nochmal fünf Stunden länger dran. Ich meine. Wie viele Notizen wir in dem Spiel finden. So. Reden wir hier mit dir. Na, Doktor Riss, haben wir ein neues Spielzeug? Ich versichere Ihnen, das Elerium-Coil-Transfergewehr ist kein Spielzeug. Ich wollte sagen, wir testen eine potenzielle Waffe für Mr. Barnes. Haben wir nicht schon Zugriff auf Ortsider-Waffen? Gibt es Verbesserungen? Es gibt immer etwas zu verbessern, Kater. Ob man nach einem geschmeidigeren Transfermechanismus sucht oder nach einer besseren Streuung. Und Sie müssen es einfach finden, was? Auf Gedei und Verderb. Sozusagen. Tja, das wird wohl nur sehr schwer in ein Holster passen. Sehr komisch. Aber erst müssen wir das Grundsätzliche im Griff haben. Dann können wir es kleiner machen. Und es bleibt trotzdem verwendbar? Oh ja. Die Kombination unseres ballistischen Know-Hows mit den feindlichen Energiewaffen führt uns zu ganz neuartigen Waffen. Die Kombination von Alien-Technologie und der unseren. Wie der Avenger. Interessant. Wie funktioniert dieses Ungetüm? Ganz simpel. Stellen Sie sich eine Tesla-Spule vor. Allerdings ist hier die Spannung auf ein aufgeladenes ballistisches Elerium... Im Klartext... Eine Blitzkanone. ...könnte vermutlich sehr hilfreich sein. Brauchen Sie Hilfe bei den Testreihen? Wir hatten gehofft, dass Sie fragen würden. Unser regulärer Assistent scheint wieder mal verschwunden zu sein. Bitte, nicht wörtlich zu verstehen. Nein, nein. Natürlich nicht. Das kommt nie vor. Sie wollten sagen... Ja, die Maschine ist in Position. Drücken Sie den Knopf und halten Sie Abstand. Und bitte nicht verschwinden. Mehr muss ich nicht wissen. Ja, Sie sind uns bestimmt eine große Hilfe. Ein Field Agent ist dazu sehr gut geeignet. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Ich denke, ich werde jetzt sterben. Okay, wo kann ich den Knopf drücken? Werden wir schon noch aufwenden. Aber davor müssen wir jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut machen. Und im nächsten Part werden wir dann hier den Knopf suchen, wo der Doktor uns wahrscheinlich töten wird. Ich würde es dem zuschauen. Der ist ein wenig merkwürdig. Und... Au, da ist es ja. Und Leute, aber bevor wir das hier betätigen, würde ich sagen, machen wir erstmal einen ganz kleinen Cut. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei TheBureauX.com Declassified. Bis dahin, euer Dein Zimmerfix. Ciao. Ciao.